Und wir beginnen das nächste Level als ein kleiner Dick. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Let's Play Super Mario Flash. Das ist eine, also für die, die es nicht wissen, das ist eine sehr alte Version von Super Mario Bros. Oder generell von Super Mario. Und das spielen wir heute. Und zwar spielen wir mit Luigi, weil Luigi einfach geiler ist. Und auf ins erste Level. So, Level 1. Dann legen wir mal los. Noch klein und dick und voller Lasse. Was essen die? Die essen Pasta, ne? Ja, die essen ja Pasta. So. Gut, hoch da. Und ich roche hier einfach mal durch, weil ich schon in der jeweiligen etlichen Testaufnahme gemerkt habe, dass dieses Spiel extrem scheiße zu steuern ist. Und wir sind wieder klein und dick und beginnen dieses Level von neuem. Und wir beginnen das nächste Level als ein kleiner Dick. Wir beginnen das nächste Level, schon wieder als kleiner Dicker Luigi, der sich hier durchfrisst, was leider kein Rasani ist. Irgendwie ist das ganz schön kannibral. Gut, hoch. Wenn wir eigentlich 100 von diesen Münzen voll haben, kriegen wir den eigentlich. Ich glaube, der kriegt halt ein extra Leben, ne? Wenn ich das noch richtig in der Eindruckung habe. Weg da. Ich muss da durch, so. Jetzt merke, man springt mit Pfeiltaste nach oben und nicht mit Pfeiltaste. Habe ich schon mal gesagt, dass dieses Spiel extremst scheiße ist? Ich glaube, das habe ich. Da bin ich ein bisschen wichtiger. Hier ist das Spiel. So. So. Jetzt. Hopp. Mann. Kleiner dicker Luigi. Habe ich gesagt, Luigi ist cool? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir holen uns jetzt einfach mal die Münzen, wenn wir ein paar extra Leben kriegen. Irgendwann mal. Ich glaube, ich verschwende mehr Leben, um das durch das erste Level zu kommen, als durch irgendwie Geld kommen können. Also wenn wir dieses Level ablosen, eigentlich, ich glaube, dann nehme ich mal Mario. Einfach mal zur Abwechslung. Dass wir auch mal den kleinen, dickeren Mario in 8-Bit sehen. Jetzt aber. Hopp. Jetzt. Hier. Hopp. So. Hopp, hopp, hopp. Jetzt aber schnell. Hopp, hopp. Hopp. Weg damit. Jetzt aber hier. Geist. Vorsichtig. Mit Gefühl. Ja, bald haben wir 100 Münzen. Bald. I mean. In 40. Yay. Weg, weg. Ah, dieses Ding ist praktisch. Oh Gott. Hallo Mario. Ja, ist mir klar. Ich habe verloren. Jetzt, hau ab, weg. Du, Mario. Alle beide zeigen Peace. Bestimmt bin ich jetzt mit Mario so richtig der Überprobe. Denkste. Ich finde es süß mit den Wolken so im Hintergrund. Äh. Nein. Danke, Mario. Du bist ein Schatz. Super. Los. Hopp. Ich will spielen. Scheiße. Alles gut. Jetzt hat ich mich das Ding jetzt selber treffen. Na ja, unnötig. So. Wie die auch laufen, ist jetzt mega niedlich irgendwie. Weg. Mein Platz. Ja, Münzen. Nein, nicht da. Oh. So. Ich bin begeistert. Weg mit dir. Weg, weg. Jetzt wieder durch die schöne Zeitlupe gegenspringen. So. Jetzt. Concentration. Ich muss sagen. Diesen Teil habe ich noch nie geschafft. Ach, Gott. Willst du mich denn verarschen? Boah, wir leben noch. Geil. Jetzt. Wie ist das? Ach, das ist so gemein. Das sind echt scheiß Level. Oh, wir haben es einmal geschafft. Oh, geil. Oh, Gott. Jetzt zeigt er schon wieder Peace. Oh, Gott. Ja, wir können es in zweit ... Wir können es in zweit Level. Und es ist eine Alerte. Zum starten. Ah, das ist süß. Das habe ich damals geliebt. Das war mein Lieblingslevel. Zumindest auf den DS. Auch die Musik dazu. Kann man die hochverspeichern? Nee, ich glaube nicht. Eck. Oh, Gott. Gut, dann werden wir jetzt elendig. Hab ich gesagt, wir werden elendig. Ich mein natürlich. Ey! Ja, was hab ich gesagt? Gut. Wir werden das noch irgendwann mal durchgespielt haben. Da wette ich mit. Jetzt sind wir ja wieder klein und scheiße. Ich will nicht klein und scheiße sein, wird so festig. Nein! Ich war schon so weit. Ich war bestimmt gerade mal so nicht mal ein Achtel vom Rensen. Aber egal, ich war schon so weit. Ich war schon so weit. So, jetzt. Springen. Nein! Oh, nö! Was gibt's das denn? Also, merkt euch das? Das sind Pro-Gamer-Skills. Bei Muppa-Mario. Muppa-Mario. So. Was geht's los hier? Nein. Pass mich schon in Ruhe. Werde ich denn? Mann! Ne. Ne, das zieh ich nicht ein. Ne, Mario. Ne, Luigi. Luigi ist süßer. Weg da mit dem Maus. So, jetzt geht's los. Hab ich das letzte schon? Kann ich das auch? Ja, keine Ahnung. Ich hab das nicht gespeichert. Ich hoffe nicht. Also, ich hoffe schon, aber irgendwie auch nicht. Ich hab jetzt gehört, jetzt kann ich einfach mal so natürlich rein. Nein. Wir stehen ja alle drauf. Wir leben. Wir sind ja alle drauf. Wir sind ja alle drauf. Wir sind ja alle drauf. Irgendwie nicht. Und? Wir sind ja alle drauf. Die sind ja auch alle drauf. Wir sind ja alle drauf, wo der Mann kommt. Und? Man! Ich geb's gleich auf, ey. Pro Gamer Skills. Ich glaub, keine Lust mehr auf dieses Scheißspiel. Jetzt hier. Hopp! Jetzt legen wir los. Warten. Also, ich kann ja jetzt mal wohnen. So. Ich werd das wahrscheinlich schon wieder nicht schaffen. Äh, äh, machen wir mal so. Blub. So, jetzt hier. Hüpf, 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 hüpf. Warum sammle ich eigentlich die euren Münzen? Ich brauch die eh nicht. Ein ganzes Leben krieg ich hier eh. Nie zusammen. Ach so. Ach so. Ach so, ich bin Luigi. Scheiße. Warten wir. So. Jetzt. Konzentration. Ciao. Oh Gott, ich krieg jetzt ein extra Leben. Ich muss dann die Kuh rumraschregen. Peace, Luigi. Okay. Was hat denn der für ein Gesicht? Geile Scheiße. Oh, ich bin mit Luigi ein Level weiter. Yay. Uch, ich hab das da oben kaputt gemacht. Cool. Gut. Ich mach dich kaputt. Höllo. Du bist ein scheiß Spiel. Und ja, wie ich sag, ich verabschiede mich hier hin, weil ich jetzt einfach keinen Bock mehr auf diesen Mist hab. Und ja, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Und ja, auf Wiedersehen.